Weiter geht's in Wolfsburg. Momentaufnahme, Momentaufnahme kurz vor dem Pausenpfiff. Da heißt der Verlierer des frühen Abends für den Moment FC Bayern München. Die Erdner führt, Wolfsburg führt beide mit 1 zu 0. Da ist noch nicht das letzte fußballerische Wort besprochen. Aber im Moment sind Heinkes und Co. im Hintertreffen im großen Kampf um die Schale.